3, 2, 1 Yo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute ist der Start eines neuen Projekts namens Last Man Standing. Dabei sind der It's Shorty Weeds, aka Mike Yo, was geht Leute? Und der It's Smokey Weeds, aka Manu Yo, Servus Leute Die beiden nehmen auch auf. Das sind die Game Bros. Der Kanal ist unten in der Beschreibung verlinkt. Wir teamen jetzt heute im 3er Team. Ja, gut. Der Start verzögert sich zwar ein bisschen, aber ich hoffe es geht bald. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Hat rein. Yo, hey Leute. Herzlich willkommen. Es geht jetzt endlich los. Oh, nice. Okay. Okay. 14 Sekunden noch. Gleich weg, gleich weg, gleich zum Baum, gleich zum Baum. Mike, du willst Ausschau, ich und Manu bauen ab. 3, 2, 1 Ich kann den Block nicht abhauen, ich kann ihn abhauen, ich kann ihn abhauen. Okay, ich bin draußen. Ich bau ihn, ich bau ihn ab. Manu. Ja, ich bin der erste gewesen. Manu, bau deinen Block ab. Okay, okay. Ich mach den Crafting Day. Komm, hinter uns, hinter uns. Hier, Crafting Tablet, Crafting Tablet. Crafted. Für mich auch noch ein Schwert. Für mich auch noch ein Schwert. Wollen wir gleich snipen oder killen? Warte schnell, ich bau auch noch den Block ab. Ja. Ich hab drei Schwerte. Hier, eins. Den hier. Eins. Okay, nice. Blau, blau, blau die Hühner. Yo, klatsch gleich die Hühner. Ich klatsch die Hühner. Ich klatsch die Hühner. Komm, 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 komm. Komm, die Tiere sind da. Die Tiere sind noch da. Alles sind da. Okay, okay, okay. Komm, komm. Wohin, wohin, wohin? Gertiert schon Fleischverbraten, Alter. Langsame, wo seid ihr? Wir holen das, wir holen hier das Essen. Mike, wo läuft sie hin? Jetzt am Essen. Entschuldigung, ich hab den Dennis nicht gesehen. Oh, da kommt einer. Wo, 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 wo. Oh, über mir, über mir. Da ist einer, okay. Warte, 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 Manu. Manu, ich muss essen. Warte, warte, ich auch, ich auch, ich auch. Warte. Du musst essen, Alter. Nein, ich bin vergiftet. Wo sind sie denn? Drauf. Wirst du die Klatschen? Nee, nee, weg, weg, Alter. Weck, nee, klatschen. Wir haben noch nix. Klatschen. Nein. Wir haben noch nix. Ja, und? Wir gehen dummerweise drauf, Alter. Erst Essen holen. Ja, okay, ich hab sechs Hühnchen. Oh, oh, da ist ein Creeper. Da ist eine Kuh, da ist eine Kuh. Ich hol mir die Kuh. Okay, ich lenke den Creeper ein bisschen ab. Okay. Okay. Passt auch, dass keiner kommt. Manu, passt mal auf. Äh, das ist ein Pilgmann. Wie ihr würdet es denn? Okay. Die Kuh, hol dir die Kuh. Auch Zuckerrohr mitnehmen, ne? Auch Zuckerrohr. Ja, sicher. Okay, gehen wir über den Berg rüber. Okay. Jetzt gratis die Nacht oder sofort einbauen. Wie lange haben wir noch? Okay. Okay, da unten sind Schafe, Tiere und sind Zeug. Nein, schnell holen. Schnell holen. Gleich nehmen. Ja, ich bin gleich. Ich baue den Baum ab. Ich baue den Baum. Manu, klatschen auch noch Tiere. Ich schaue ein bisschen, ob jemand kommt oder nicht. Ja, wir müssen aufpassen. Links über den Berg sind ja die anderen noch. Ja, wir müssen jetzt erstmal untertauben. Da ist eine Hülle. Okay, da ist eine Hülle. Ja, warte. Warte, bleibt mal bei mir. Du bist am Baum, ne? Bist du das am Baum? Ja, hier, okay. So. Komm rein. Muss mir erstmal das Essen brauchen, weil es bringt mir. Okay, okay. Jetzt geht die Hülle. Ja, gut. Ja, lass rein. Ist egal. Ist hier zu bauen? Ne. Ich baue den Crofting. Okay, ja, baue den Crofting Table. Ich brauche mir schon mal einen Spitzacker. Ich habe auch eine. Ich baue mir gleich ein Steinschwert. Alle, hey. Am Steinschwert. Ich mach mal den. Hey, Leute. Alle, hier werden so viele Hähnchen. Ich ne, hole mir die jetzt. Ich geh mit. Geh nicht allein. Doch, ich kann. Ich könnte hier teilen. Hier sind so viele Schweine und so. Warte, ich muss mir das essen. Oh, hier ist ein Babyzombie. Alter, er hätte gut. Ich kann das tot. Ja, lauf. Wenn es ist. Noch nie vom Babyzombie davon gelaufen. Alter, die haben schon Eisen. Ja, wir müssen jetzt gleich runterbuddeln. Wenn wir einiges sehen, Leute. Ich lauf. Ich habe gerade einen Küper gesehen. Oh, der hat mich nicht gesehen. Okay. Ich geh mal hier runter. Äh, äh, pulst du dich schon mal runter? Ja, mache ich. In der Höhle, wo wir gerade waren, oder? Ja. Ja, gut. Ich habe jetzt ein bisschen mal am Fleisch. Das müsste derweil mal reichen. Ich habe zehn Schafsfleisch, sieben Schweinefleisch und zehn Hähnchenfleisch. Das dürfte jetzt mal reichen. Ich esse jetzt so lange nicht. Oh, oh. Wer ist an unserer Höhle noch? Ich, ich. 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 Und? Ich. Ich. wird ich habe einen namen gesehen warte mal manu du kommst jetzt ein stein schwerten der stein pick xp hier mal schneisen kommt das zeug mit dem kommt schon mal in gang ich hab sie doch schon zugeworfen hier und hier ich komme mit der kraft der schnappern und unterkommen ich habe ich beim schöpfen warte ich bin so angespannt ich bin es tut manu was zu zu manu kommt dazu schnell ja wie denn wenn ich bin es doch auf der fälle kommt darunter und unter warte kurz wir hätten nein wir hätten die gleiche am anfangs neigen müssen ganz klar ok man der box doch nicht noch stärker er musste weg gehen dann musst du was sagen pick ist ich hab doch weg ich muss erst mal schon als inventar oder ein bisschen ich kann ich gar nicht mehr weil ich zitter so hatten auch normal als ich habe kohle warum ist jemand eine preis oder wie noch gar nicht mehr noch weit und das nie war hier mal eine trocken immer kohlen zensieren wenn wir gucken ja ja das ist sie sind halt extrem weit oben ja aber jetzt erstmal hier ein bisschen weißbar es hilft jetzt alles nichts war jetzt gleich noch mal schnell das ist eben noch keiner doch zwei sind gestorben kann es sein noch mal was rein dass wir brauchen können habe ich doch geht zum wort der unterbauen weiter gehen bei hoch und baum zu hoch abnöhe 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 es ist kommt kölnwitzig auf lokalen mit mit unternehmen schon her ich habe da ist nicht abnöhe abnöhe vorsichtig ist nicht nur gleich dran abnöhe der war herunter bei uns abnöhe es selbst ja ich bin noch weg der server legt das war ich hab du bist ja eben deswegen hat mann kommt runter ja mann mussten hier runter hier können wir uns aufbauen hallo kommt ihr ja jetzt ist wieder ja jetzt geht's wieder einigen können sie durchbauen er oben ist sehr fliegt der soehrer holten der steht oben L.M. alter Köln steht oben mann der dritte haben noch gesagt hier holen wir nicht mehr ja ich baue nebenbei eisenhaft und ich kohle müssen sofort so schnell leise machen das glaubt ihr nicht die haben alle eisen ja auch ich könnte schon eine volleis zu machen ja dann lass aber erstmal schwer zu holen erst mal schwerte dann brustpanzer dann hosen das sind erst mal die wichtigsten dann kommt ihr runter wieder noch mal eisen ich bin noch weiter unten da ist richtig viel eisen wo bist du noch sechs minuten ich komme gerade runter ich habe fastens der kohle jetzt dann ich habe kein kraft und manu hast du den herrungen ja es ist wirklich so nicht wo ich gerade war weil ich da noch gleich noch mal hingehen wenn ich ein bisschen eisenzeug habe leute hier könnte den ofen bitte offen lassen da komme ich konnte teisen oder ein essen habe ich jetzt erst mal für warte ich glaubte noch schnell in oben also wenn jemand zu essen braucht ich habe noch sechs schweile fleißen acht haben ich mache jetzt gleich mal leise ich habe übrigens die kohle und es hört nicht auch mal okay aber ein schwert also wo bist du denn es ist ich sehe die ganze zeit manu und du leckst bei mir bei mir ja jetzt nicht verboten oder jetzt ich glaube nicht dass so leckern und ich mache es weiter ja ich würde sagen ich mache es weiter wird denn es oder wird würden ja ich habe noch mal als machte erst mal manu ich bin mal kommt hier eigentlich schon mal gleich mal unten in die hotbar machen das ist du ach denn es schreckt mich ich hab noch mal hier ja und das aber bei der schlucht bleiben lass bei der schlucht bleiben ja unten links der ofen ist drei da kannst du machen ich hab den eisen schmerz gemacht hier raus man wollte ich wusste nicht hier ist ein eisenswert hier zwei 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 ganz viel ich hätte einfach mal auf der höhe es tut man auch wenn es so aber ich so wenigstens das macht jetzt gleich mehr eine eisenpick extra was wird die ausfüllen also macht das ich die da schon mal runter in die schlucht und zwar weißen ja gut ich habe nicht hier prärende reisende rechte ich bin so du ja soll ich jetzt erst mal anfangen mit brustpanzer zu machen oder mannach was der stelle wir brauchen essen oder hat jeder essen aber ist also machen sich das mal leisten muss man so machen jetzt auch einen eisenpick ja die bräuchte ich dann auch habe ich mache jetzt so schnell die steine kaputt und da so ist man ich jetzt ja und erst mal in die hülle gehe ich nicht mit meiner weiter müssen da auf höhe ich kann es jetzt nicht nachstehen ich habe es auch unbedingt eine eisenpick mit holz Leute wer hat holz ich habe den holz ich habe holz noch Gott sei Dank ich hab dich mal besser überlegt ja bis hin kann ich auf die öfen zu treffen nicht ja da steht wahrscheinlich davor geht es jetzt k neulich hat eine Kartoffel wenn du so nicht geht es nicht manu du musst ins Leben beim Ofen auch noch mehr ich berechte es bitte schnell das Holz auf welcher Höhe seid ihr ich weiß nicht kann ich noch ein paar in Brauchern ist abkühlen das viel zu hoch ihr seid ja auch für eisen ja okay gehen wir in die schlucht ja ich hab nix ich hab ja wie krass mir alles was du brauchst ich hab äh ich brauche äh ne pgex und ja nimm jetzt mal die jetzt gehen wir schnell zu runter oder warte ich mach dir schnell eine r warte noch warte noch warte noch ich hab kein holz das ich gerne machen könnte das hier noch das ist das hier noch die kohle mitnehmen ich hab nen bogen das nicht mehr los zu dennis doch denn es kommt noch zu uns wir haben nur noch zwei minuten das ist so muss jetzt in der höhle auszulassen wo muss ich denn hier hin da kommt hermann dann können wir doch hier kommt ja das ist echt besser hier bringt das was hier ist ja ein mit ja hier dann und dann warte bis sie hier da hinten haben loben ist einfach so aus mit dem Zeug oder nachdem ein Dennis schluss ich bin ich meine Köfer noch schnell er hat immer kurz ich will das haben sich gecheckt hatte die hätte mich hier runtergeboxt in die flucht kommt dann dass man das ist ja ich baue dann hier ein wochen blocken ja 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 habe ich ich habe hier an das sieht und so mehr kann es nicht mir hier noch bis zu ende ist ja 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 noch mal eine minute ich noch mal ein bisschen ja ja aber es hilft dann sie nichts was dann haben wir wenigstens ein paar bisschen ich habe jetzt auch ein auto beschlagen gerade ja ich würde sagen wir sind die ersten mit woher juckt ich möchte dass er in der kenne Pfeil ab Scheiße ich habe auch schon Bogen also ich bin in der Schlucht ich bin ich habe mich bis zur Schlucht her um gestritten meint ich weiß jetzt ist ich platzieren der Fackel hier müssen wir in der zweiten Folge erst mal vorbauen weiter ist richtig vieles an und lang kommen lassen ich hab ja schnell sinken nicht dass nur uns noch jemand entdeckt dann ist das okay ich habe kein siegeln 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 11 Sekunden 10 9 8 sieben siegeln siegelt wenn sieg ich nie doch nee jetzt nicht du ohr scheiß erzeit ist vorbei Warte 0 Stunden bis du bist ein bisschen aus okay das was mit der ersten Folge Leute ich hoffe wir in diesem projekt ein bisschen was reißen die anspannung ist jetzt ein bisschen weg ja und wir werden jetzt auf die zweite folge aufnehmen bis zur zweiten folge bis zur zweiten folge aufnehmen bis zur zweiten folge aufnehmen